Dem, 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 zu Willkommen zurück bei Elden Ring, wir kämpfen wieder gegen, äh, wie hieß sie? Nicht Marika, Marika heißt die Königin. Loretta. Ah, die gute Loretta. Okay. Au. Wow. Fängt mit dem Timing schon wieder an. Ja, fertig, äh, fertig, kick ins Gesicht. Ich glaube, es ist besser, zwischendurch zeitlich mal kurz wegzugehen und dann wieder anzugreifen. Ah, fast. Da kann man was machen. Okay. Ich hab Balzphasen übergegangen. Jo. War gut. Das war weniger gut. Heil mich. Oh. Wow. Okay, wir haben uns ein bisschen geheilt. So, rennen. Heilung. Close timing. Let's die, Heilung. Heilung. Wieder falsches Timing. Okay. Ich dachte, ich kriege sie platt. Jetzt haben wir sie. Ja, kaum neue Folge. Dann schauen wir sie. Achievement unlocked. Royal Knight Loretta. Loretta's Großbogen. Kriegsasche. Loretta's Schnitt. Okay, gucken wir uns erstmal die Kriegsasche an. Verleiht einer Waffe Affinitäten und Talente. Magisch. Loretta's Schnitt. Ein Talent der königlichen Ritterin Loretta. Springt vorwärts, erfüllt die Klinge mit Schimmersteinmacht. Und führt dann während der Landung einen schwungvollen Auslandenhieb aus. Verwendung mit Staunen, Waffen und Doppelklingen. Das ist, wir haben eine Doppelklinge. Mal gucken. Das andere war eine Waffe. Wir haben noch Loretta's Waffe bekommen. Wo ist denn das? Wo sind die Waffen? Hä, bin ich jetzt wieder? Bin ich jetzt wieder komplett Banane? Wir haben doch vorhin eine Waffe gekriegt. Das ist nicht, kein Talisman. Das ist ein Schlüssel-Item? Nee? Hä? Ist hier was? Nein? Meine Güte. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Jedes Mal muss ich hier so lange im Inventar suchen. Bäh, das ist... Wow, dunkelchen Mittelstein, acht. Das war doch eine Waffe. Ah, nee, es war eine Zauberei. Loretta's Großbogen, okay. Achso, ich dachte, das wäre eine Waffe. Ähm, eine Zauberei für der Königin Ritterin Loretta. Er schafft einen magischen Großbogen und feuert einen gewaltigen Pfeil ab. Durch Aufladen versteckt er die Zauberei. Halten, um den Pfeil auf dem Bogen zu halten, ohne ihn abzufeuern. Angeblich war der Bogen Loretta's bevorzugte Waffe. Also, 26 Weisheiten werden wir niemals verwenden können. Aber ist auch nicht schlimm. So. Ähm. Auf der Seite war, glaube ich, nichts, oder? Nee, sieht gut aus. Dann gehen wir jetzt da hinten raus. Äh, wir sollten rasten. Wir haben keine Heilungen mehr. Ich habe alles verbraucht gegen Loretta. Alles. Sehr gut. War eine gute Fight. Sehr klasse. Er hat mir wesentlich besser gefallen als, äh, Renala. Uh. Drei Schwestern. Komm hier. Oh, okay. Okay, wir sind. Außerhalb der Burg. Königliches Observatorium. Lass uns erstmal hier hin. Warte mal. Wir suchen erstmal hier das Gelände ein bisschen ab. Okay, das... Oh, das ist hier relativ groß. Äh, nee. Dann gehen wir erstmal hier nach oben. Aber das heißt, es ist für mich, wir sind quasi fertig mit dem Dungeon. Betten wir kommen hier nicht rein. Renna's Turm. Wir haben viele von diesen Türmen. Testus-Turm. Was war das hier? Konvertierter Raum-Turm. Ha. Tja. Wer weiß. Irgendwann... Wahrscheinlich fehlt irgendein Puzzlestück. Uh. Da drüben ist auch nochmal... was Größeres. Ich sehe da auch Loot. Aber dafür müssen wir... in diesen Turm rein. Und... ist nicht. Verschlossen. Ich treffe die Dinger nicht. Ähm. Okay, machen wir... Gehen wir erstmal hier entlang. Gucken uns... Die Wand an. Ob hier vielleicht eine Höhle ist. Ist nicht. Dann... Wie sieht's mit... Das ist ein riesiger Drache. Wir hatten gerade einen Boss. Ich würde jetzt lieber ein bisschen erkunden, als nochmal einen Boss zu bekämpfen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da eine Wahl haben. Frostnebel. Die Kriegsasche. Die Kriegsasche verleiht eine Waffe, die auf jeden Tag eisig und folgendes Talent. Frostnebel. Hüllt eure Waffe in Frost und schlagt zu, um einen eisigen Nebel vor euch zu verbreiten. Die Waffe bleibt eine Zeit lang von Frost erfüllt. Zur Verwendung mit Nahkampfwaffen, außer mit Peischen, Fäusten und Kram. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwie was, äh, Cooles aus unseren Waffen machen können. Ja. Also der wird, äh, mit 199%iger Sicherheit nicht freundlich sein. Aber ich glaube, wir können mehr oder weniger draußen um ihn rumgehen. Vielleicht kriegen wir sogar einen Blick auf ihn. Scheint uns nicht bemerkt zu haben. Ich vermute mal, der Drache wird, äh, wieder ein ähnliches Moveset haben, wie die anderen beiden, die wir schon besiegt haben. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich Lust. Die 10.000 Runen, die wir erst gerade... Wobei, wir könnten die... Wir könnten die letzte, die andere Zauberei noch kaufen. Was haben wir hier? Kein Ort mit einem Namen? Wollt ihr mich verarschen? Rannis Turm. Renna und Ranni. Okay, das scheinen... Ich vermute mal, das sind irgendwie Geschwister oder sowas. Hier kommen wir rein. Den mal den Drachen zu besiegen, wäre wahrscheinlich wichtig. Vielleicht gibt er uns was, womit wir in den anderen Turm reinkommen. Eine Gnade. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir hier eine Gnade finden. Gucken wir uns hier zu Ende um. Vielleicht ist hier ein NPC oder so. Oder ein Aufzug. Ah, es geht hoch. Okay. Die Aussicht genießen. Da ist er. Der Junge. Es geht weiter hoch. Großer Turm. Ja, wir sind... Äh, ist das Rea Lucaria da drüben? Nee. Das ist der Turm? Ah, doch. Es könnte Rea Lucaria sein. Das könnte Rea Lucaria sein. Okay. Wir haben ein NPC. Das ist doch die Tante, die uns am Anfang... die mögliche gegeben hat, Leute zu beschwören. Ja. Stimmt. Es gibt keinen besonderen Grund. Dann hat Hap's fate steert thee zu dieser Reunion. Hm. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago and search now for the dark path that I might one day upend the whole of it and rid the world of all that came before. well, has that roused thy interest? Tod? Da sind wir doch dabei. Ich mein, guckt euch uns mal an. Wir schreien geradezu nach Tod. I see a choice well made. Thou art a rare sword. Not many would have accepted the offer. Doch. You require as much of those under my command. I anticipate good work from me. Okay. Hast du einen Auftrag für uns? Good. Then I ask we proceed with haste. There is in my service a half-woven warrior by the name of Blythe. Wir haben ihn getroffen. Oh, ich glaub da war er auch. For Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Ah. And there wilt thou find Eegi, my war-kanzler and Salavis preceptor in the sorcerer's arts also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them. What advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Okay. Rannis Turm Rennas Turm. Sie hat sich als Renner ausgegeben. Ranni die Hexe. Also, den Illi Typi hier haben wir gesehen. Äh, ist er nicht mehr hier. Und das andere war im Untergrund. Irgendwo sind wir mit dem Teleporter dahin gekommen. Und Blade haben wir schon, äh, länger nicht mehr gesehen. eine. Okay. Okay. Es ist vorbei. Äh, ich würde sagen, wir können nicht porten. Warum können wir hier nicht porten? Ich will in einen anderen, ich hätte jetzt gehofft, wir kommen in einen anderen Turm rein. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Warum ist, gibt sie sich als die andere aus? Kann ich von hier porten? Nee. Ähm, deren Turm verschlossen ist. Hat sie die getötet? Ah, das Blade. Da waren wir schon. Okay. Also, wir wissen, wo du bist. Warum ist der Schmied hier nicht eingezeichnet? Ist der auch abgehauen? Ähm, was bist du für einer? Ich bin Selavis, Preceptor in die Sorcerer Art. Ich weiß, was es die Missresse sees in einer Provincial tarnished wie Sie, aber since wir haben die misfortune ? Okay. Okay. Ihr habt ja absolut alle unter Kontrolle. In welchem Turm bist du denn? Solvius, Seluvis, kommt mir nicht bekannt vor, vielleicht ist es der hier, könnte sein. Dann müssten wir noch, okay, wo ist der Schmied? Gibt es hier auch den Geist des Schmiedes in der Nähe? Oder habe ich den beim Runterkommen übersehen? Würde mich auch nicht überraschen. Dann würde ich sagen, in der nächsten Episode probieren wir mal den Drachen. Auch wenn meine Hoffnung... Was ist das hier? Da steht mal Steinglühwürmchen. Hier ist auch Nummer eins. Okay, also... Aber wir können immer noch nicht porten. What? Also, der ist da. Da haben wir den Geist von Blade hier. Wo ist er? Das ist bestimmt... Ach, hier ist er. Okay, ich habe ihn übersehen. Fantastisch. Okay, und wo finde ich dich jetzt? Ich würde interessieren, warum die alle, der ihr dienen... Okay. Ähm... So. Kann ich porten? Ich kann immer noch nicht porten. Warum kann ich nicht porten? Öh? Öh? Hä? Ich komme hier nicht raus. WTF? Ist das ein Bug oder... Ne, das ist irgendeine Kuppel. Deswegen kann ich auch nicht porten. Wahrscheinlich. Warum kommen wir nicht raus? uhh? Muss ich bei der Gnade rasten? Damit das weg geht? Ja, jetzt geht es tatsächlich weg. Wir können porten. Jetzt ist nur noch Rani da. Er ist wieder da. Okay, gut. Das Ganze wird jetzt ein bisschen verwirrend. Lass uns nochmal zur Kirche zurückkehren. Den letzten Zauber für 10.000 kaufen. Weil wir haben die Runen gerade übrig. Und ja, hier den Boss müssen wir dann auch mal machen. Der könnte wieder ein bisschen dauern. Beim letzten Mal habe ich den ein bisschen unterschätzt. So. Das wäre das. Dann denke ich... Wir müssen noch das restliche Plateau absuchen. Ich denke, wir machen erstmal den Drachen. Oder wir probieren es zumindest. Wenn er viel aushält, dann überlegen wir es uns wahrscheinlich nochmal. Aber, meine Lieben, für den Moment würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Euer Northgate.